Wie hat Chewy Chase das so schön ausgedrückt? Weihnachten ist was Gefühls-Echtes. Für mich ist das die Zeit, die Thriller-Elemente mal im Moment wegzupacken. Und an die Märchen zu denken. Geschenke einzupacken, mit den Kindern Kekse zu backen, Kakao trinken, das Haus schmücken. Einfach mit die schönste Zeit des Jahres. Und ich wünsche euch allen da draußen schöne Weihnachten, eine tolle Adventszeit, ganz viel Spaß und fantastische Geschichten. Macht's euch schön! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!